Fünftes Kapitel Flehe dich an, Mutter, du musst Daphne einfach auch bestrafen. Es ist einfach nicht gerecht, dass nur ich ohne Nachttisch ins Bett geschickt wurde. Und das eine ganze Woche lang. Eine Woche ist viel zu lang. Vor allem, wo es doch allein vor allem Daphnes Einfall war. Aus einem Briefchen, das ihr Louise Bridgerton im Alter von zehn Jahren ihrer Mutter auf den Nachttisch gelegt hatte. Seltsam, dachte Eloise, wie viel sich innerhalb eines einzigen Tages verändern kann. Denn gerade eben, als Philipp sie durch sein Haus führte, vorgeblich, um ihr die Ahnengalerie zu zeigen, in Wirklichkeit jedoch nur, um ihre gemeinsame Zeit zu verlängern, dachte sie, dass er eventuell einen wunderbaren Ehemann abgäbe. Dies war vielleicht nicht die poetischste Art und Weise, etwas zu beschreiben, das eigentlich voller Romantik und Leidenschaft stecken sollte. Bloß machte er ihr ja auch nicht auf die übliche Art und Weise den Hof. Und da ihr nur noch zwei Jahre bis zu ihrem 30. Geburtstag blieben, konnte Eloise sich eigentlich keine Flausen erlauben. Und doch war da etwas. Im Kerzenschein sah Sir Philipp irgendwie attraktiver, vielleicht sogar ein wenig gefährlich aus. Die rauen Flächen seines Gesichts wirkten im flackernden Licht kantiger, fast wie die griechischen Skulpturen, die Lord Elgin nach England gebracht hatte. Und wie er da so neben ihr stand, seine mächtige Hand an ihrem Ellbogen, schienen sie seine Gegenwart förmlich einzuhöhlen. Es war ein seltsames Gefühl, aufregend und ein kleines bisschen erschreckend. Aber auch befriedigend. Sie hatte etwas ganz Verrücktes getan, war mitten in der Nacht davongelaufen, weil sie gehofft hatte, ihr Glück bei einem Mann zu finden, den sie noch nie gesehen hatte. Der Gedanke, es könnte vielleicht kein kompletter Irrtum gewesen sein, dass sie ihre Zukunft aufs Spiel gesetzt und gewonnen hatte, war eine große Erleichterung. Nichts wäre schlimmer gewesen, als reumütig nach London zurückzukehren und ihrer versammelten Familie beichten zu müssen, was sie getan hatte. Sie wollte nicht eingestehen, dass sie sich geehrt hatte. Weder sich selbst noch jemand anderem. Vor allem aber nicht sich selbst. Sir Philipp hatte sich beim Dinner als angenehmer Gefährte erwiesen, selbst wenn er weder so weltläufig noch so wortgewandt war, wie sie es gewohnt war. Offensichtlich verfügte er über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, was Eloise bei einem Gatten unverzichtbar fand. Er hatte ihren Fisch im Bettschachzug akzeptiert, sogar bewundert. Viele der Männer, die sie in London kennengelernt hatte, wären entsetzt gewesen, dass eine vornehme junge Dame auch nur daran denken konnte, sich solch hinterhältiger Taktiken zu bedienen. Und vielleicht? Vielleicht klappte es ja mit ihnen. Wenn sie vernünftig darüber nachdachte, schien es hirnverbrannt, so Philipp zu heiraten. Aber andererseits war es ja nicht so, als wäre er ihr vollkommen fremd. Schließlich korrespondierten sie bereits seit über einem Jahr. Mein Großvater, erklärte Philipp milde und deutete auf ein großes Porträt. Ein ziemlich attraktiver Mann, sagte Eloise, obwohl sie ihn in dem schwachen Licht kaum sehen konnte. Sie deutete auf das Bild zur Rechten. Ist das ihr Vater? Philipp nickte knapp und mit verkniffenem Mund. Und wo sind sie? fragte sie, da sie spürte, dass er über seinen Vater nicht reden wollte. Ihr drüben, fürchte ich. Eloise folgte ihm zu einem Gemälde, auf dem Philipp als etwa Zwölfjähriger abgebildet war, neben ihm jemand, der nur sein Bruder sein konnte. Sein älterer Bruder. Was ist mit ihm passiert? erkundigte sie sich, da er ja gestorben sein musste. Wenn der Bruder noch lebte, hätte Philipp weder das Haus noch den Titel geerbt. Waterloo, erklärte er lakonisch. Impulsiv legte sie ihre Hand auf die Seine. Das tut mir leid. Einen Moment lang dachte sie schon, er würde ihr nicht antworten, doch dann sagte er schließlich leise, mir hat es auch furchtbar leid getan. Wie hieß er denn? George. Sie müssen noch ziemlich jung gewesen sein, sagte sie und rechnete zurück ins Jahr 1815. 21. Mein Vater ist zwei Wochen später gestorben. Sie ließ sich das durch den Kopf gehen. Mit 21 hätte sie eigentlich verheiratet sein müssen. Das wurde von einer jungen Dame ihrer gesellschaftlichen Schicht erwartet. Man hätte also annehmen können, dass man in diesem Alter schon zu einer gewissen Reife gelangt war. Nur von ihrer jetzigen Warte aus kamen ihr diese 21 Jahre hoffnungslos jung und unerfahren vor. Und viel zu unschuldig, um eine so große Bürde zu erben. Vor allem, wenn man nicht damit gerechnet hatte. Marina war seine Verlobte, sagte er. Zwischen stieß sie die Luft aus und dann drehte sie sich zu ihm um, seine Hand dabei loslassend. Das habe ich nicht gewusst. Er zuckte mit den Schultern. Es ist nicht wichtig. Hier, möchten Sie Ihr Porträt sehen? Ja, erwiderte Eloise, denn sie merkte, dass sie tatsächlich neugierig auf Marina war. Zwar waren sie verwandt, aber nur entfernt. Und es lag Jahre zurück, dass sie einander gesehen hatten. Eloise erinnerte sich an dunkles Haar und helle Augen. Blau vielleicht. Aber das war auch alles. Sie und Marina waren im selben Alter gewesen. Daher hatten sie bei sämtlichen Familienfeiern zusammengesteckt. Doch Eloise konnte sich nicht erinnern, dass sie viel gemeinsam gehabt hätten. Selbst als sie in Amanda und Olivers Alter gewesen waren, hatten sie sich schon deutlich voneinander unterschieden. Eloise war ein lebhaftes, wildes Kind gewesen, war auf Bäume geklettert und Treppengeländer hinuntergesaust, ihren älteren Geschwistern dabei ständig auf den Fersen und stets bettelnd, sie mitspielen zu lassen. Marina hingegen war recht still, beinahe nachdenklich gewesen. Eloise erinnerte sich, wie sie sie an die Hand genommen und versucht hatte, sie zum Spielen nach draußen zu locken. Doch ihre Cousine wollte lieber lesen. Allerdings hatte Eloise auf die Seitenzahl geachtet und war fest davon überzeugt, dass Marina nie weiter als bis Seite 32 gekommen war. Merkwürdig, dass sie sich daran erinnerte. Es hatte sie als Neunjährige eben schwer beeindruckt, dass jemand es vorziehen konnte, mit einem Buch im Zimmer zu sitzen, wenn draußen die Sonne schien und es dann nicht einmal zu lesen. Den restlichen Besuch hatte sie mit ihrer Schwester Francesca flüsternd beraten, was Marina wohl mit diesem Buch machte. Errimmeln Sie sich an sie? fragte Philipp. Nur ein bisschen, gab Eloise zu, während sie sich fragte, warum sie ihm diese Geschichte nicht erzählen wollte. Andererseits war ihre Antwort nicht gelogen. Sie hatte nur diese eine Erinnerung an Marina, an jene Aprilwochen vor 20 Jahren, als sie mit Francesca überlegt hatte, warum ihre Cousine in das Buch starte. Eloise ließ sich von Philipp zu Marinas Bildnis führen. Sie war im Sitzen gemalt worden, auf einer Automane, den dunkelroten Rock kunstvoll drapiert. Auf dem Schoß hatte sie eine jüngere Ausgabe von Amanda. Und neben ihr stand Oliver, in einer jener Posen, zu denen man kleine Jungen immer zwang. Ernst und streng, als wären sie Erwachsene en miniature. Sie war wunderschön, sagte Eloise. Philipp starrte das Porträt seiner verstorbenen Frau nur an. Dann löste er, anscheinend unter größter Willensanstrengung, den Blick von ihr und wandte sich ab. Hatte er sie geliebt? Liebte er sie noch? Marina hatte eigentlich seinen Bruder heiraten sollen. Alles deutete darauf hin, dass Philipp eine Art Lückenbüßer gewesen war. Bloß hieß das ja nicht, dass er sie nicht geliebt hatte. Vielleicht war er heimlich in sie verliebt gewesen, während sie mit seinem Bruder verlobt gewesen war. Möglicherweise hatte er sie auch nach der Hochzeit lieben gelernt. Eloise warf einen verstohlenen Blick auf sein Profil, während er blicklos vor sich hin starrte. Auf seinem Gesicht hatten sich Gefühle abgezeichnet, als er Marina betrachtet hatte. Sie war sich nicht sicher, was er für sie empfunden hatte, aber etwas davon war sicher noch da. Ihr Tod lag ihr erst ein Jahr zurück. Die offizielle Trauerzeit war nach einem Jahr vorüber, meist reichte das jedoch nicht, um den Tod eines geliebten Menschen zu verwinden. Dann wandte er sich um. Sein Blick traf auf den ihren, und sie merkte, dass sie ihn angestaut hatte, wie gebannt von den Linien seines Gesichts. Überrascht öffnete sie die Lippen, hätte den Blick am liebsten abgewandt, hatte das Gefühl, sie müsste, solche Art ertappt, erröten und zu stottern anfangen. Aber irgendwie kam es nicht dazu. Wie angewurzelt stand sie da, atemlos, während eine seltsame Hitze in ihr hochkroch. Er stand zehn Fuß von ihr entfernt, und doch schien sie beinahe seine Berührung zu fühlen. Eloise, raunte er, zumindest glaubte sie das. Sie sah mehr, wie seine Lippen das Wort bildeten, als dass sie seine Stimme hörte. Und dann war der Bann gebrochen. Vielleicht lag es an seinem Flüstern, vielleicht hatte draußen im Wind ein Baum geknarrt. Jedenfalls war Eloise wieder in der Lage, sich zu rühren, zu denken, und sie wandte sich rasch wieder zu Marinas Bild um und fixierte entschlossen das gelassene Gesicht ihrer verstorbene Verwandten. Die Kinder vermissen sie sicher sehr, meinte Eloise. Sie musste unbedingt etwas sagen, irgendetwas, um das Gespräch wieder in Gang zu bringen und um sich wieder zu fassen. Philipp sagte eine Weile nichts. Schließlich erwiderte er, Ja, sie vermissen sie schon sehr lange. Die Formulierung kam mir seltsam vor. Ich weiß, wie sie sich fühlen, sagte sie. Ich war auch noch sehr jung, als mein Vater gestorben ist. Er sah sie an. Das wusste ich nicht. Sie zuckte mit den Schultern. Ich spreche nicht oft darüber. Es ist Jahrzehnte her. Langsam und bedächtig kehrte er an ihrer Seite zurück. Hat es lange gedauert, bis sie darüber hinweg waren? Ich bin nicht sicher, ob man je über so etwas hinwegkommt, meinte sie. Zumindest nicht völlig. Aber heute denke ich nicht mehr jeden Tag an ihn, wenn es das ist, was sie wissen möchten. Zögernd wandte sie sich von Marinas Bildnis ab. Sie hatte es schon zu lange betrachtet und fühlte sich allmählich wie ein Einbringling. Ich glaube, für meine älteren Brüder war es schwerer, erklärte sie. Anthony, er ist der Älteste und war schon ein junger Mann, als es passierte, ist es besonders hart angegangen. Sie standen einander sehr nahe. Und für meine Mutter war es natürlich auch schrecklich. Sie sahen an. Meine Eltern haben sich sehr geliebt. Wie hat sie auf seinen Tod reagiert? Nun, anfangs hat sie sehr viel geweint, erzählte Eloise. Bestimmt sollten wir nichts davon mitbekommen. Sie hat immer nachts in ihrem Zimmer geweint, wenn sie dachte, dass wir alle schon schlafen. Aber sie hat ihn eben furchtbar vermisst. Und mit sieben Kindern hatte sie es bestimmt nicht leicht. Ich dachte, sie wären zu acht. Hi, es sind dort zu dieser Zeit noch gar nicht geboren. Ich glaube, meine Mutter war damals im achten Monat. Lieber Himmel, glaubte sie, in Murmeln zu hören. Lieber Himmel traf es genau. Eloise hatte keine Ahnung, wie ihre Mutter mit allem zurechtgekommen war. Es geschah völlig unerwartet, sagte sie. Er wurde von einer Biene gestochen. Eine Biene. Können Sie sich das vorstellen? Er wurde von einer Biene gestochen und dann... Naja, mit den Einzelheiten brauche ich sie ja nicht zu langweilen. Wie steht's, fuhr sie in Ergeschwort. Sollen wir gehen? Allbählich wird es hier zu dunkel, um die Bilder erkennen zu können. Natürlich war das eine Ausrede. Zwar war es wirklich zu dunkel, doch das war Eloise herzlich egal. Sie fühlte sich nur immer ein wenig merkwürdig, wenn sie vom Tod ihres Vaters erzählte. Und sie wollte im Moment einfach keine Bilder von längst Verstorbenen um sich haben. Ich möchte mir gerne ein Gewächshaus ansehen, erklärte sie. Jetzt? So gesehen war es eine eigenartige Bitte. Daneben morgen, wenn es hell ist. Auf seinen Lippen meinte sich ein leises Lächeln. Von mir aus können wir auch jetzt gehen. Aber dann sehen wir ja nichts. Wir sehen nicht alles, korrigierte er sie. Doch der Mond scheint. Und außerdem nehmen wir eine Laterne mit. Zweifelnd blickte sie aus dem Fenster. Bei dieser Kälte? Sie können sich einen Mantel überziehen. Mit funkelnden Augen beugte er sich vor. Sie haben doch nicht etwa Angst? Natürlich nicht, wehrte sie empört ab, obwohl sie wusste, dass sie nur auf seinen Köder anbiss. Auf höchst provozierende Art hob er die linke Augenbraue. Lassen Sie sich gesagt sein, dass ich die mutigste Frau bin, die Ihnen je begegnet wird. Ganz bestimmt, murmelte er beruhigend. Und jetzt sind Sie herablassend. Er lachte nur leise. Also dann, erklärte sie tapfer, gehen Sie voran. Hier ist es aber warm, rieb Eloise aus, als Philipp die Tür des Gewächshauses hinter ihnen schloss. Normalerweise ist es noch wärmer, erklärte er. Durch das Glas kann die Sonne die Luft aufheizen. Doch bis auf heute Morgen war es in letzter Zeit immer bewölkt. Philipp stattete seinem Gewächshaus nachts öfter einen Besuch ab und arbeitete im Schein der Laterne, wenn er nicht schlafen konnte. Bevor er Witwer geworden war, hatte er das auch getan, um sich abzulenken, so dass er nicht auf die Idee kam, Marina in ihrem Schlafzimmer aufzusuchen. Doch bis jetzt hatte er noch niemanden gebeten, ihn im Dunkeln zu begleiten, und selbst untertags war er meist allein. Und nun sah er alles durch Eloises Augen, entdeckte wieder den Zauber, wenn das palmuttfarbene Mondlicht Schatten über die Blätter und Wedel warf. Tagsüber unterschied sich ein Spaziergang durch das Gewächshaus nicht allzu sehr von einem Waldspaziergang, wenn man einmal von den seltenen Farnen oder hier und da einer importierten Bromelie absah. Jetzt allerdings, wo die Nacht alles einhüllte und den Blick in die Irre führte, war es, als befänden sie sich in einem geheimnisvollen verborgenen Dschungel, wo hinter jeder Ecke Überraschungen und Zauberei auf sie warteten. »Was ist denn das?« erkundigte sich Eloise und wies auf acht kleine Blumentöpfe, die in Reihe und Glied auf seiner Werkbank standen. Philipp trat an ihre Seite, über die Maßen glücklich, dass sie seine Erklärung anscheinend wirklich hören wollte. Die meisten Leute täuschten ihr Interesse nur vor, oder sie machten sich nicht einmal diese Mühe und sahen zu, dass sie entkamen. »Das ist ein Experiment, an dem ich arbeite,« erdeutete er, »mit Erbsen.« »Die Erbsen, die wir essen?« »Ja, ich versuche, eine neue Art zu züchten, mit dicker gefüllten Schoten.« Sie blickte auf die Töpfe. Dort sprust momentan noch nichts, er hatte die Erbsen erst letzte Woche gesät. »Erstaunlich,« sagte sie, »ich hatte ja keine Ahnung, dass man so etwas machen kann.« »Ich habe auch keine Ahnung, ob man es machen kann,« gab er zu. »Ich bemühe mich jetzt schon seit einem Jahr.« »Ohne Erfolg? Wie frustrierend.« »Ein paar kleine Erfolge konnte ich schon verbuchen. Leider nicht so viele, wie ich gewollt hätte.« »Ich habe mal Rosen züchten wollen,« erzählte sie. »Bloß sind sie alle eingegangen.« »Rosen sind schwieriger, als die meisten Leute glauben,« tröstete er sie. Sie verzog die Lippen. »Mir fällt auf, dass sie bei Ihnen bemeidenswert üppig gedeihen.« »Ich habe einen Gärtner.« »Ein Botaniker mit einem Gärtner?« »Diese Bemerkung hörte er nicht zum ersten Mal.« »Das ist auch nichts anderes als ein Schneider, der eine Näherin beschäftigt.« Eine Weile ließ sie sich das durch den Kopf gehen und schritt dann weiter ins Gewächshaus hinein, wobei sie immer wieder stehen blieb, um Pflanzen zu begutachten oder ihn zu schelten, weil er mit der Laterne nicht schnell genug nachkam. »Heute Abend sind Sie ja ganz schön herrschsüchtig,« sagte er. Sie drehte sich um, sah, dass er lächelte, zumindest andeutungsweise, und schenkte ihm ein boshaftes Grinsen. »Ich ziehe den Ausdruck energisch vor.« »Ein energisches Frauenzimmer, was?« »Es überrascht mich, dass Sie das nicht schon aus meinen Briefen geschlossen haben.« »Warum, glauben Sie, habe ich Sie wohl eingeladen?«, konterte er. »Sie wollen jemanden, der Ihr Leben in die Hand nimmt?«, fragte sie Coquette, während sie einen Schritt vor ihm zurück trat. Er wollte jemanden, der seine Kinder in die Hand nahm, nur war jetzt wohl nicht der geeignete Zeitpunkt, um darauf zurückzukommen. Nicht jetzt, wo sie ihn ansah, als ob sie von ihm geküsst werden wollte. Philipp war schon zwei Schritte auf sie zugegangen, bevor er überhaupt merkte, was er tat. »Was ist das?«, erkundete sie sich, auf etwas deutend. »Eine Pflanze.« »Ich weiß, dass es eine Pflanze ist,« sagte sie lachend. »Wenn ich...« Sie schaute auf, sah das Glitzern in seinen Augen und wurde still. »Darf ich Sie küssen?«, fragte er. Vermutlich hätte er innegehalten, wenn sie Nein gesagt hätte. Allerdings gab er ihr nicht viel Gelegenheit dazu, weil er den Abstand zwischen ihnen schloss, ehe sie etwas sagen konnte. »Darf ich?«, wiederholte er, wobei ihr schon so nahe war, dass sein Atem über ihre Wange strich. Sie nickte, eine winzige, aber entschiedene Geste, und so streifte er ihre Lippen mit den Seinen. Zart. Sanft. Wie es einer Frau eben zustand, die man zu heiraten beabsichtigte. Dann aber schlang sie ihm die Arme um den Hals, und auf einmal wollte er mehr. Viel mehr. Er vertiefte den Kuss, ignorierte ihr überraschtes Aufkeuchen, als er ihre Lippen mit der Zunge teilte. Doch das reichte ihm noch lange nicht. Er wollte sie spüren, ihre Wärme, ihre Lebendigkeit, vom Kopf bis Fuß, um sich, an sich, in ihr. Er legte die Arme um sie, schmiegte eine Hand auf ihren Rücken, während sich die andere wagemutig zu ihrem Po vortastete. Er drückte sie an sich, hart, ohne sich darum zu bekümmern, dass sie so sein Verlangen zu spüren bekam. Es war so lange her, so verdammt lange, und sie fühlte sich in seinen Armen unendlich weich und süß an. Er begehrte sie. Er wollte sie ganz. Doch obwohl ihm die Leidenschaft schier den Verstand vernebelte, wusste er, dass das an diesem Abend nicht sein durfte. Darum gab er sich eben mit dem Zweitbesten zufrieden. Und das war, sie einfach zu spüren, sie in den Armen zu halten, sie warm an sich zu pressen. Und sie reagierte, zögerlich zuerst, als wüsste sie nicht so genau, was sie tat, dann jedoch immer leidenschaftlicher, wobei sie unschuldig verlockende kleine Laute ausstieß. Es machte ihn wahnsinnig. Sie machte ihn wahnsinnig. Eloise, Eloise, murmelte er. Seine Stimme war heiser vor Begehren. Er fasste ihr mit einer Hand ins Haar, zog an der Frisur, bis sich eine der Spangen löste und ihr eine dicke, kastanienbraune Locke verführerisch auf die Brust fiel. Mit den Lippen strich er in ihrem Hals entlang, schmeckte Haut, spürte entzückt, wie sie sich zurückbog, um ihnen den Zugang zu erleichtern. Und gerade, als er in die Knie gehen wollte, mit den Lippen schon die Schlüsselbein streifte, riss sie sich von ihm los. Tut mir leid, platzte sie heraus und fuhr sich mit der Hand an den Ausschnitt, obwohl der kein bisschen verrutscht war. Mir nicht, entgegnete er knapp. Ihre Augen weiteten sich. Es war ihm egal. Mit Worten hatte er noch nie gewandt umgehen können und es war besser, sie erfuhr es, ehe sie etwas Dauerhaftes anfingen. Aber sie überraschte ihn. Es war nur so eine Redewendung, stellte sie richtig. Mir bitte? Ich habe gesagt, es tut mir leid. Eigentlich stimmt das gar nicht. Es war nur eine Redewendung. Für eine Frau, die soeben gründlich geküsst worden war, klang sie bemerkenswert gefasst, beinahe oberlehrerhaft. Dauernd reden die Leute irgendetwas dahin, fuhr sie fort, nur um das Schweigen zu füllen. Philipp erkannte allmählich, dass sie zu jenen Menschen gehörte, die der Stille nicht viel abgewinnen können. Es ist fast so ähnlich wie wenn... Noch einmal küsste er sie. Sir Philipp! Manchmal, erklärte er mit einem zufriedenen Lächeln, ist es besser, wenn man schweigt. Ihr blieb der Mund offen stehen. Wollen Sie etwa behaupten, ich rede zu viel? Bedeutungsvoll zuckte er mit den Schultern und schwieg. Es war einfach köstlich, sie aufzuziehen. Dann lassen Sie sich gesagt sein, dass ich hier sehr viel stiller bin als zu Hause. Kaum zu glauben. Sir Philipp! Psst! sagte er und er krieg ihre Hand, fasste sie fester, als sie sie ihm entziehen wollte. Wir können ihr ein bisschen Lärm gut gebrauchen. Als Eloise am folgenden Morgen erwachte, fühlte sie sich noch immer wie im Traum. Sie hatte nicht erwartet, dass er sie küssen würde. Und sie war erstaunt darüber, wie gut es ihr gefallen hatte. Ihr Magen begann zu knurren, worauf sie beschloss, nach unten in den Frühstücksraum zu gehen. Sie hatte keine Ahnung, ob Sir Philipp auch dort wäre. War er ein Frühaufsteher? Oder blieb er gern bis Mittag im Bett liegen? Es kam mir albern, dass sie diese Dinge nicht wusste, wenn sie ernsthaft eine Ehe mit ihm in Betracht zog. Und wenn er dort war, bei einer Portion Rühreier auf sie wartete, was sollte sie zu ihm sagen? Was sagte man zu einem Mann, der einem die Zunge ins Ohr gesteckt hatte? So angenehm es sich angefühlt hatte, es war und blieb unglaublich skandalös. Und wenn sie nun zum Frühstücken kam und kaum einen guten Morgen herausbrachte? Ihm würde das bestimmt amüsieren, nachdem er sie letzten Abend mit ihrer Schwarzhaftigkeit aufgezogen hatte. Beinahe hätte sie laut gelacht. Sie, die über alles und nichts plaudern konnte und dies auch auf Tat, wusste nicht, was sie sagen sollte, wenn sie Sir Philip Crane das nächste Mal begegnete. Allerdings hatte er sie geküsst. Das änderte alles. Sie ging zur Tür und prüfte sorgfältig, ob sie auch richtig zu war, bevor sie sie öffnete. Zwar glaubte sie nicht, dass Oliver und Amanda ihr denselben Streich ein zweites Mal spielen würden, aber man wusste ja nie. Sie hatte keine Lust auf ein zweites Bad im Mehl. Oder Schlimmeres. Nach der Sache mit dem Fisch zogen sie vermutlich eher irgendeine eklige Flüssigkeit in Betracht. Leise vor sich hinsummend trat sie in den Flur und wandte sich nach rechts Richtung Treppe. Der Tag schien voller Verheißungen, als sie morgens aus dem Fenster geblickt hatte, hatte bereits die Sonne durch die dichte Wolkendecke gelugt und Au! Der Schrei entfuhr ihr, als sie nach vorn stürzte, nachdem sich ihr Fuß in irgendetwas verfangen hatte, das quer über den Flur gespannt war. Sie hatte keine Chance, das Gleichgewicht wiederzuerlangen. Wie üblich hatte sie ein flottes Tempo vorgelegt und wenn sie hinfiel, dann fiel sie schwer. Es war ihr nicht einmal mehr möglich, den Sturz irgendwie mit den Händen abzufangen. Tränen stiegen ihr in die Augen. Ihr Kinn. Lieber Gott, ihr Kinn brannte wie Feuer. Zumindest an der Seite. Gerade noch hatte sie den Kopf ein Stückchen zur Seite drehen können, bevor sie hinschlug. Sie stöhnte irgendetwas Unzusammenhängendes. Jene Laute, die man von sich gibt, wenn man solche Schmerzen leitet, dass man es unmöglich ganz für sich behalten kann. Sie wartete darauf, dass die Pein nachließ, in der Hoffnung, es wäre wie bei einem verletzten See, der ebenfalls nur ein paar Sekunden höllisch wehtut und bei dem der Schmerz dann in ein dumpfes Pochen übergeht, sobald die erste Überraschung vorüber ist. Allerdings hörte ihr Körper nicht auf zu brennen. Am Kinn, am Kopf, am Knie und an der Hüfte. Sie fühlte sich wie nach einer Tracht Prügel. Langsam, unter großer Anstrengung, zwang sie sich auf die Hände und Knie und von dort in eine sitzende Position. Sie sackte gegen die Wand und hob die Hand, um ihre Wange zu umfassen, wobei sie flach durch die Nase atmete, um die Schmerzen zu lindern. Eloise! Philipp. Sie machte sich nicht die Mühe aufzustehen, wollte sich nicht bewegen. Eloise, mein Gott, sagte er und nahm die letzten Treppenstufen paarweise, um an ihre Seite zu eilen. Was ist passiert? Ich bin gestürzt. Sie hatte nicht wimmern wollen, aber nun tat sie es doch. Mit einer Zärtlichkeit, die gar nicht zu einem Mann seiner Größe zu passen schien, nahm er ihre Hand und zog sie von der Wange. Die nächsten Worte wurden in Eloises Gegenwart nicht allzu oft geäußert. Sie müssen sich da ein Stück Fleisch drauflegen, sagte er. Verschwommen sah sie ihn an. Bekomme ich einen blauen Fleck? Er nickte grimmig. Vielleicht läuft auch noch ihr Auge blau an. Es ist zu früh, das schon mit Bestimmtheit festzustellen. Sie versuchte zu lächeln und gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Bloß gelang es ihr einfach nicht. Tut es sehr weh? fragte er sanft. Während sie nickte, fragte sie sich, wieso ihr bei diesem Ton die Tränen noch lockerer saßen. Es erinnerte sie daran, wie sie einmal als Kind vom Baum gefallen war. Ziemlich schlimm hatte sie sich den Knöchel verstaucht, doch hatte sie die Tränen unterdrücken können, bis sie zu Hause gewesen war. Ein Blick von ihrer Mutter und sie hatte zu weinen begonnen. Philipp berührte ihre Wange ganz vorsichtig und sie zuckte zusammen. Seine Miene verfinsterte sich. Es geht schon, versicherte sie ihm. Selbstverständlich ging es. In ein paar Tagen. Was ist passiert? Natürlich wusste sie genau, was passiert war. Jemand hatte eine Schnur über den Gang gespannt, damit sie stolperte und fiel. Und es bedurfte keiner großen Intelligenz, um zu erraten, wer dieser jemand war. Allerdings wollte Eloise die Zwillinge nicht in Schwierigkeiten bringen. Zumindest nicht in die Art Schwierigkeiten, die ihnen drohten, wenn Sir Philipp sie in die Hände bekam. Sie nahm nicht an, dass die beiden so viel Unheil hatten anrichten wollen. Nur hatte Philipp die dünne Schnur bereits entdeckt, die über den Flur gespannt und straff um zwei Tischbeine gewickelt war. Die Tische waren in die Flurmitte gezogen worden, als Eloise gestolpert war. Sie sah zu, wie er sich hinkniete, die Schnur berührte und diese sich um seinen Finger wickelte. Er blickte zu seinem Gast, nicht fragend, sondern ziemlich grimmig. Ich habe die Schnur nicht gesehen, erklärte Eloise, obwohl dies ja ziemlich offensichtlich war. Philipp wandte den Blick nicht von ihr, während er immer fester an der Schnur zerrte, bis sie schließlich riss. Eloise schnappte nach Luft. Die Situation hatte etwas ziemlich Beängstigendes. Philipp schien nicht bemerkt zu haben, dass er die Schnur zerrissen hatte, als wäre er sich seiner Kraft gar nicht bewusst. Oder der Kraft seines Zorns. Sir Philipp, flüsterte sie, doch er hörte sie nicht. Oliver, brüllte er. Amanda! Ich bin mir sicher, dass es nicht in ihrer Absicht lag, mir so wehzutun, begann Eloise. Sie wusste selbst nicht so recht, wieso sie die beiden verteidigte. Aber ihre Schmerzen waren vermutlich harmlos im Vergleich zu dem, was ihr Vater den Zwillingen anzutun gedachte. Mir egal, was in ihrer Absicht lag, grollte Philipp. Schauen Sie nur, wie nah an der Treppe sie gelandet sind. Was wäre, wenn sie dort hinuntergefallen wären? Eloise sah zur Treppe. Sie war nicht weit, aber doch zu weit, um hinunterzufallen. Ich glaube nicht... Das büßen mir die zwei, sagte er mit leiser, zornbebender Stimme. Es geht schon, erklärte sie erneut. Das Brennen ging bereits in einen dumpferen Schmerz über. Dabei tat es jedoch immer noch weh, so sehr, dass sie einen spitzen Schrei ausstieß, als Philipp sie hochhob, was seinen Zorn weiter anstachelte. Ich bringe sie ins Bett, stieß er rau und kurz angebunden hervor. Eloise widersprach nicht. Ein Hausmädchen erschien auf dem Treppenabsatz und keuchte erschrocken auf, als es Eloises zerschundenes Gesicht sah. Bringen Sie uns etwas gegen die Schwellung, befahls er Philipp. Ein Stück Fleisch. Irgendetwas. Das Mädchen nickte und eilte davon, während Philipp Eloise in ihr Zimmer trug. Tut denen sonst noch was weh? fragte er. Die Hüfte, gab sie zu, als er sie auf der Bettdecke absetzte. Und der Ellenbogen. Er nickte grimmig. Glauben Sie, dass Sie sich etwas gebrochen haben? Nein, entgegnete sie rasch. Nein, ich... Ich muss aber dennoch nachsehen, sagte er, ihren Protest abwehrend und untersuchte vorsichtig ihren Arm. Sir Philipp, ich... Meine Kinder hätten sie beinahe umgebracht, unterbrach er sie ohne jede Spur von Humor. Ich denke, auf das Sir können wir verzichten. Eloise sah ihm nach, wie er mit langen, energischen Schritten zur Tür ging und schluckte. Holen Sie sofort die Zwillinge her, befahl er, anscheinend in einem Dienstboten, der draußen auf dem Flur stand. Sie konnte nicht glauben, dass die Kinder sein Geschrei vorhin nicht gehört hatten. Allerdings konnte sie ihnen keinen Vorwurf daraus machen, dass sie versuchten, die drohende Strafe noch ein bisschen hinaus zu zögern. Philipp, sagte sie und versuchte ihn durch den Klang ihrer Stimme in den Raum zurückzulocken. Überlassen Sie die beiden mir. Ich bin es schließlich, die unter ihnen zu leiden hatte. Es sind meine Kinder, erwiderte er. Und ich werde sie bestrafen. Weiß der Himmel, es ist längst Zeit. Eloise starrte ihn mit wachsendem Entsetzen an. Vor Zorn lebte er beinahe. Und selbst wenn sie den Kindern liebend gern den Hintern versohlt hätte, fand sie, er sollte die beiden in diesem Zustand nicht bestrafen. Die beiden haben sie verletzt, sagte Philipp leise. Das kann ich ihnen nicht durchgehen lassen. Mir geht es gut, versicherte sie ihm wieder. In ein paar Tagen wird man es mir kaum noch... Darum geht es nicht, entgegnete er scharf. Wenn ich nur... Er stockte, versuchte es erneut. Wenn ich nur... Wieder hielt er inne, weil ihm die Worte fehlten und lehnte sich gegen die Wand, den Kopf in den Nacken gelegt und starrte suchend zur Decke. Was er dort zu finden hoffte, wusste sie nicht. Vielleicht antworten? Als ob man mit einem einfachen Augenaufschlag alles lösen könnte. Er drehte sich um, sah sie an mit grimmigem Blick und Eloise entdeckte etwas in ihrer Miene, was sie dort nicht erwartet hätte. Und plötzlich wurde es ihr klar. Der ganze Zorn, der sich in seiner Stimme, seinem bebenden Körper offenbarte, war gar nicht gegen seine Kinder gerichtet. Zumindest nicht ganz. Sein Gesichtsausdruck, sein freudloser Blick, beides verriet, wie sehr er sich selbst verachtete. Er suchte die Schuld nicht bei seinen Kindern, sondern bei sich selbst. Das ist das Ganze. Vielen Dank.